Die Gamescom ist wieder da und du kannst live dabei sein. Bewirb dich als Telekom Twitter Reporter und berichte von Europas größter Spielemesse in Köln. Die Telekom stattet zwei Teilnehmer mit Eintrittskarten und einem aktuellen Sony Ericsson Xperia Arc zum Twittern aus. Auf dem Twitter-Kanal at t-reporter lässt du uns live an deinen Erlebnissen teilhaben. Was sind die Gaming-Highlights? Welchen Promis bist du begegnet? Der kreativste Telekom Twitter Reporter wird von Center TV mit dem neuen Smartphone im Wert von über 500 Euro belohnt. Bewirb dich jetzt über gewinnspiel.at center.tv mit dem Betreff at t-reporter und hol dir weitere Infos auf Facebook oder www.twitter-reporter.net. Viel Glück!